Hallo und einen schönen guten Tag, herzlich willkommen zum Wetter am Samstag hier bei Wetter.net. Ja, das hier ist wirklich die Gruselkarte für alle Frühlingsfreunde. Das ist die Temperaturabweichung, die das europäische Wettermodell berechnet hat und zwar für den Monatswechsel von April in den Mai hinein. Und wir sehen da viele blaue Farbtöne über Deutschland und das heißt, dieser Monatswechsel könnte bei uns in Deutschland kälter ausfallen als das langjährige Klimamittel. Das heißt, es geht kalt weiter Anfang Mai. Ja, und der April hat momentan eine mittlere Temperatur von gut 4,6 Grad, 4,5 Grad. Und ja, noch kälter als 4,5 Grad war eigentlich nur der April 1929 gewesen. Der hatte, glaube ich, genau die 4,5 Grad gehabt. Also momentan ist das wirklich eine sehr kalte erste Aprilhälfte gewesen, die wir da erleben. Wenn wir am Ende immer noch bei 4,5 Grad stehen würden, dann hätten wir diesen Rekordwert von 1929 zumindest erreicht. Einer der kältesten Aprilmonate seit fast 100 Jahren. Ja, das ist doch mal wirklich eine Sache, denn die letzten Monate waren ja oftmals immer zu warm, zu warm, zu warm. Und jetzt haben wir wieder einen Monat, der könnte dann doch deutlich zu kalt ausfallen. Aber immerhin zum Start in die neue Woche wird es ein bisschen wärmer. Aber ab Donnerstag, da geht das Achterbahnwetter schon wieder weiter. Dann kommt schon wieder die nächste Kaltfront, das nächste Kälteei auf uns zugerollt. Und die Temperaturen gehen schon wieder deutlich nach unten. Der Frühling kann einfach nicht richtig Fuß fassen in diesem Jahr. Wir gucken uns mal die Wetterkarte vom heutigen Samstag an. Und das Hoch hier, das sorgt dafür, dass weiterhin recht kühle Luftmassen erstmal zu uns strömen. Es bleibt noch ein bisschen unterkühlt. Die Temperaturen meist unter 15 Grad, auch am heutigen Samstag. Erst morgen am Sonntag kann es im Westen mal an die 15 Grad Marke rangehen. Das Wetter heute ziemlich durchwachsen. Vor allen Dingen im Osten heute Morgen schon viele Wolken. Teilweise fällt aus diesen Wolken etwas Regen. In den höheren Lagen, da kann es auch Schneeregen oder Schnee sein. Im Westen von Deutschland, da scheint dagegen schon heute Morgen ab und zu mal die Sonne vom Himmel herab. Und auch im Süden, da ist es teilweise richtig freundlich. Im Tagesverlauf gibt es weiterhin diese Niederschläge hier. Im Süden von Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen teilweise Regen, teilweise Schneeregen. Im Rest des Landes viele Wolken, aber hier und da auch immer wieder mal etwas Sonnenschein. Und es bleibt im Rest des Landes überwiegend trocken. Der Samstagabend dann verbreitet stark bewölkt. Es fällt aber erstmal kein Niederschlag. Ausnahme hier im Osten. Da ziehen später hier aus Polen neue Regenwolken heran. Und in der Nacht zu Sonntag wird es dann hier im Osten wieder nass werden. Ja, wenn ihr übrigens wissen wollt, wie das Wetter bei euch vor Ort weitergeht, dann ladet euch doch einfach mal unsere wetter.net-Wetter-App runter. Da gibt es zum Beispiel auch wunderbare Informationen rund um das Thema Bio-Wetter und Pollenflug. Den Link zum Download gibt es wie immer hier unten in der Videobeschreibung. Die Höchstwerte heute weiterhin keine großen Luftsprünge. In der Mitte und im Süden so 10, 11, 12 Grad. Auch im Westen 12 Grad. Im Norden und im Osten so 13 bis teilweise 14 Grad. Also zumindest ein kleiner Hauch von so ein klein wenig Frühlingsluft. Morgen früh dann wieder relativ kühl, aber kaum noch Frost. 7 bis 2 Grad und nur hier am Alpenrand, da kann es nochmal Luftfrost geben bis zu minus 2 Grad. Aber besonders in der Mitte und im Süden ist hier und da auch nochmal etwas Bodenfrost mit dabei. Das Wetter morgen früh. Insgesamt viele Wolken und von der Nordsee einmal quer über Deutschland. Da fällt Regen bis zum Erzgebirge. Große Regenmengen werden das nicht werden. Denn meist tröpfelt es nur ein klein wenig. Weiter nordöstlich davon und südwestlich davon zwar auch Wolken, ab und zu ein bisschen Sonnenschein. Aber insgesamt bleibt es hier trocken. Zum Mittag dann stellenweise wieder das typische Aprilwetter. Mal Sonne, mal Wolken, ab und zu einzelne Regen oder auch Graupelschauer. Und genau so geht es auch am Sonntagabend weiter. Mal so ein bisschen Sonnenschein, ein paar helle Stellen, dann wieder einzelne Schauer, die unterwegs sind. Und das Ganze wechselt sich zum Sonntagabend munter ab. Die Höchsttemperaturen morgen ein bisschen höher als heute. Im Westen des Landes Richtung Nordrhein-Westfalen sind mal 14 bis 15 Grad möglich. In der Mitte nur so 7 bis 9 Grad. Im Südosten bis zu 10 Grad. Im Norden und im Osten Deutschlands, da klettern die Temperaturen morgen auf bis zu 13 Grad. Am Montagmorgen wird es dann wieder natürlich kühler sein, aber nicht wirklich kalt. 7 bis 4 Grad ist doch allemal deutlich wärmer als die vergangenen Nächte. Die brachten ja in der vergangenen Woche fast immer Frost am frühen Morgen. Aber dafür ist es am Montagmorgen weit verbreitet erst mal frostfrei. Einzige Ausnahme Richtung Alpenrand. Da kann es stellenweise auch noch mal Luftfrost geben. Und jetzt schauen wir uns mal an die Entwicklung der Luftmassen in 1500 Metern Höhe. Das ist nämlich immer ein gutes Maß, woran man erkennen kann, kommen gerade kalte Luftmassen zu uns, kommen eher warme Luftmassen zu uns. Wohin geht die Reise in den kommenden Tagen? Hier ist Deutschland und wir sehen hier jetzt die Luftmassentemperaturen in 1500 Metern Höhe an diesem Wochenende. Heute am Samstag und morgen am Sonntag viel blau. Das heißt in großer Höhe ist es immer noch relativ kühl bei uns. Aber nächste Woche Montag, Dienstag wird es dann vorübergehend in der Höhe mal positive Werte geben. Es wird also wärmer, aber zum Donnerstag, da kommt schon wieder das nächste Kälte-Ei über uns hinweggerollt. Und auch danach bleibt es mindestens bis zum letzten April-Wochenende bei uns relativ kühl. Also wir sehen, so richtig viele Chancen hat der Frühling einfach nicht. Es wird Anfang der kommenden Woche wärmer werden, ja. Aber ab Donnerstag wird es schon wieder kühler. Da kommen in 1500 Metern Höhe die kalten Luftmassen zu uns geströmt. Und das heißt auch unten am Erdboden, da gehen die Temperaturen schon wieder deutlich zurück. Montag, Dienstag teilweise so 15 bis 18 Grad. Ab Donnerstag unten nur noch so um die 5 bis 10, vielleicht auch mal um die 11 Grad. Wir blicken auf die Ensemble-Vorsage für die Mitte Deutschlands bis zum 2. Mai. Und wir schauen uns die 2-Meter-Temperaturen an. Die kriechen ganz langsam bis zum Wochenstart mal über die 10 Grad-Marke hinaus. Bis zu 15 Grad werden erreicht. Und dann halten wir eigentlich diese 15 Grad auch. Die rote Linie, das ist die interessante Linie. Das ist das Mittel aus allen Einzelberechnungen. Und die bleibt eigentlich immer so um die 15 Grad. Wirklich wärmer wird es nicht werden. Aber einzelne Berechnungen gehen auch mal auf 20 Grad und hier und da auch mal auf 25 Grad. Die sehen also möglicherweise einen Sommertag Ende April, Anfang Mai. Aber das Mittel ist da ganz anderer Meinung. Zum Monatswechsel maximal um die 15 Grad in der Mitte Deutschlands. Und dazu auch immer wieder mal Niederschlagssignale. Wahrscheinlich eben typisches Aprilwetter. Aber eben kein stabiles, sonniges und warmes Frühlingswetter. Wir schauen uns noch die Ensemble-Vorhersage an bis zum 2. Mai für den Osten Deutschlands. Auch hier ein relativ ähnliches Bild. Die Temperaturen steigen an. Anfangs werte um die 10 Grad. Dann nächste Woche ein bisschen wärmer auf die 15 Grad steigend. Dann wird es wieder ein bisschen kühler. Und danach bleiben wir wahrscheinlich auf diesem Niveau. Um die 15 Grad werden da gehalten und das mindestens bis zum 2. Mai. Auch hier gibt es ein paar Außenseiterlösungen. Einige gehen rauf auf 25 Grad, andere gehen runter auf 0 Grad. Wahrscheinlich wird irgendwo die Wahrheit hier in der Mitte liegen. Bei 15 Grad also auch keine ganz großen Luftsprünge. Auch nicht zum Start in den Mai. Und auch da gilt, ab und zu sind mal ein paar kleine Niederschlagssignale mit dabei. Das sind wahrscheinlich diese typischen Aprilschauer, die da immer wieder niedergehen. Halten wir mal fest. Die erste Aprilhälfte war bisher ziemlich kühl. Im Mittel gerade mal 4,5 bis 4,6 Grad. Wenn es so bleiben würde bei diesen Temperaturen, wäre es der kälteste April seit 1929. Wahrscheinlich wird es aber ein bisschen wärmer enden. Denn die nächsten Tage gibt es ja schon einen leichten Aufwärtstrend. Doch nach dem Aufwärtstrend, da kommt schon wieder die nächste Kaltfront nächste Woche zum Donnerstag. Und dann gehen die Temperaturen bis zum letzten Aprilwochenende schon wieder runter. Ja, und wie es dann in der letzten Aprilwoche weitergeht, das müssen wir abwarten. Das europäische Wettermodell sieht es eher ziemlich unterkühlt bei uns in Deutschland. Und das bis zum Beginn in den Mai hinein. Ja, und das war es dann auch beim Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Ich hoffe, unser Wetter-Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Samstag.